Jyn, was auch immer ich mache, passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden? Ich verstehe. Willst du hier raus? Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudringen. Du könntest uns dabei helfen. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Was soll das? Wie es scheint, ist der maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür? Man verlangt nach unserem Codenamen. Es ist der Rogue. Rogue One. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich. Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen. Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark. Lasst zehn von uns wie hundert wirken. Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht? Rettet die Rebellion! Rettet den Traum! Wir Untertitelung des ZDF, 2020